Norddeutscher Rundfunk 2021 Auch in der schönsten Beziehung kommt irgendwann der Alltag. Mann, ich hab keinen Bock, hier immer hinterherzurollen. Hast du wenigstens die leeren Flaschen weggebracht? Bestimmt wieder nicht. Ja. Eins auf dir? Ja. Von den Machern von kein Ohrhaben. Zwei Ohrkippen? So sieht's aus. Die neuen oder die? Ähm, die. Fallen die, die einer nicht? Das hab ich nicht gesagt. Die sind zu unbequem. Mein Gott, dann nimm halt die anderen. Die sind noch unbequemer. Marie! Entschuldigung. Das hab ich gar nicht gesehen. Oh. Ähm. Hey, Anna! Das ist ne ganz doofe Ziege. Und Silikon-Möps hat sie auch noch. Ne, die sind echt. Hm? Da ist kein Silikon drin. Das ist mir doch egal. Hi! Ich bin der Ralf. Der Ralf und ich haben zusammen studiert. Echt nett von euch, dass ich die paar Tage hier bleiben kann. Darf ich? Ich mach dem gar nichts am Bett. Wer soll bei uns mit dem Bett schlafen? Du setzt dich hier in die Zecke ins gemachte Nest und baggerst die ganze Zeit an meiner Freundin rum. Die Anna? Das ist doch absurd. Ja, Moment. So absurd ist es jetzt auch wieder nicht. Ich werd sehr oft angegraben. Glaubst du, wenn man sich wirklich liebt, kann man sich auch sehr schlimme Fehler verzeihen? Wenn man sich etwas wirklich wünscht, dann passiert das auch. Wir hatten Sex? Mö, aber hallo. Hau!